Hallo Leute, mein Name ist Hotzes Tee und heute schauen wir uns einen weiteren Abschnitt des Hinterrheins an. Bei gutem Wasserstand, insbesondere im Frühjahr zur Schneeschmelze, kann man auch oberhalb Rotenbrunnen einboten. Der Hinterrhein unterhalb der Virmala-Schlucht ist grössenteils trocken. Kleine Bäche und die Alvola können genügend Wasser bringen, um eine Befahrung Abtusis zu ermöglichen. Der Einstieg ist direkt unter der Brücke nach Fürstenau beim Pegel am linken Flussufer. Es gibt jedoch keine direkte Zufahrt von der Brücke, sodass die Anfahrt über den Dorfrand von Tusis Richtung Campingplatz führt und dann weiter runter Richtung Fluss. Dieser obere Abschnitt ist noch weniger schwer als der untere Teil des Hinterrheins und stellt somit eine weitere Möglichkeit für Anfänger dar. Zu Beginn gibt es einige kleine Kehrwasser und ein paar niedrige künstliche Stufen, welche das Gefälle regulieren. Wenn die Autobahn den Fluss überquert, macht er eine leichte Kurve und endet in einer langen, kanalisierten Gerade von etwa 5 Kilometer Länge. Ganz am Ende kann man die Brücke bei Rotenbrunnen erkennen. Während man die paar Kilometer runter treibt, kann man die Landschaft hier im Domlesch bewundern, mit schneebedeckten Bergen im Frühjahr und verschneiten Bergen und gefärmten Bäumen im Herbst. Wir hatten etwa 30 Kubikmeter pro Sekunde im frühen Mai und der Abschnitt ist auch im Herbst noch paddelbar. Bei einem niedrigen Wasserstand verlängert sich die Fahrt. Nach der Biegung unterhalb der Straßenbrücke kommt eine zweite Brücke in Sicht. Dies ist die Fußgängerbrücke, welche den Bahnhof mit dem Dorf Rotenbrunnen verbindet. Nachdem man auch diese hinter sich gelassen hat, empfiehlt es sich, sich links zu halten, um linke Hand oberhalb des künstlichen Blockwurfwehrs auszuboten. Dies ist dann auch die Ausbootstelle dieses Abschnitts und man trägt die Boote zur Fußgängerbrücke hoch. Die bevorzugte Variante ist jedoch eine kurze Umtragung, um den unteren Teil bis zum Zusammenfluss mit dem Vorderrhein noch anzuhängen. Das Blockwurfwehr mag bei gutem Wasserstand fahrbar sein, im Untergrund sind jedoch kantige Blöcke. Für den letzten Teil gibt es einen eigenen Führer. Wenn du dieses Video hilfreich fandest, hinterlass doch einen Like und wenn du in Zukunft mehr sehen möchtest, klick auf den Subscribe-Button. Tschüss!